Hallo, guten Morgen, du Wunderschöne, du Wunderschöne. Ja, ich glaube, ich habe jetzt schon seit neun Tagen verschwiegen, dass der Healy eigentlich ein offiziell zugelassenes Medizinprodukt ist. Und dementsprechend darf ich euch auch sagen, dass du oder das Mann, mit dem Healy entsprechend therapieren kann, heilen kann. Und in den Bereich fallen dann Dinge wie chronische Schmerzen, Skelettschmerzen, Fibromyalgie, Migräne, Depression, Angstzustände und Schlafstörungen. Also wenn du jetzt dich in einem dieser Themen wiederfindest oder Menschen um dich hast, die eben davon betroffen sind, was wäre dieses kleine Helferlein für einen Beitrag für sie? Spür da einfach mal rein, was das für die Menschen bringen würde, wenn sie so ein Helferlein bei sich zu Hause hätten. Weil dieser Schatz ist wirklich der Therapeut im eigenen Haus. Und dementsprechend, ja, ist es wirklich ein ganz, ganz wertvolles Geschenk. Und ich möchte dementsprechend heute dir die Frequenzen schenken für vollständige Regeneration aller Zellen und Zellsysteme. Und das soll einfach zu deiner wundervollen Gesundheit beitragen. Und ich lasse auch heute wieder den Heli wählen aus all den Programmen, aus all den Frequenzen. Sucht sich der Heli alles aus. Wow, was es jetzt braucht. Um und wieder einmal den Goldzyklus. Faszinierend. Ja, schön, super. Fitness, Lernen, Schutzprogramme, super schön. Und Schlafprogramme. Das sind die ähnlichen wie gestern, ja. Aber das liegt jetzt halt auch momentan so ein bisschen an unserem Umfeld, ja. An den, wie sagt man so schön, den Frequenzen, die jetzt zum Jahresende einfach auf uns wirken. Mit der Weihnachtszeit, mit der Adventszeit, mit den Vorbereitungen, und ihr spürt es ja auch, alles geht so ein bisschen, ja, nach oben und in, genau. Also, dann würde ich sagen, legen wir los. Entspannen und empfangen. Augen offen oder geschlossen, wie du es möchtest. Und los geht's. Und los geht's. Augen offen oder geschlossen, wie du es möchtest. Und los geht's. Augen offen. Augen offen. Augen offen. Augen offen. Augen offen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.